Mittwoch ist Wochenmittel und damit herzlich willkommen zum aktuellen PQ Primetime Chart Check, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. What's going on Wirecard? Die Frage kann man sich nach dem gestrigen Kursrutsch schon mal stellen, denn für die Aktie ging es ohne Gegenwehr unter die 150er Barriere zurück. Das ist deswegen so ärgerlich, weil das vormalige Flaggenmuster damit vom Tisch ist. Weiterhin intakt sind dagegen der Aufwärtstrend und das große Dreieck, das sich mit viel Wohlwollen im Chart einzeichnen lässt. Noch zumindest, aktuell kämpfen die Kurse gerade um die untere Begrenzung bzw. die Aufwärtstrendgerade. Der Haken bei der Sache, Dreiecke haben in der Charttechnik eine relativ hohe Fehlerquote, das heißt, die Prognosekraft ist nicht so stark wie beispielsweise bei einer Flaggenformation. Die nächsten Kursziele lassen sich aber so oder so bestimmen und da hätten wir auf der Unterseite zunächst den Haltebereich um 140 Euro, der von der 200-Tage-Linie noch verstärkt wird. Es folgt die hinlänglich bekannte Haltelinie bei 130 Euro, die nach unten Verstärkung von der 125er und der 120er Marke erhält. Merken müssen wir uns aber leider auch immer noch die 110er Marke, die rein rechnerisch als Kursziel bei einer größeren Korrektur in Frage kommen könnte. Großbuchstaben. Kommen wir zu etwas angenehmeren und das sind die Zielmarken auf der Oberseite. Nach dem Re-Break bei 150 müsste zwingend die obere Begrenzung des Dreiecks bei 160 überwunden werden, um anschließend, auch das ist nicht neu, klingt aber immer wieder gut, in Richtung 170 bzw. Jahreshoch durchstarten zu können. Rein rechnerisch wäre hier, also nach oben, übrigens ohne weiteres Platz bis ans Rekordhoch bzw. die 200er Marke. Aber zwischen Theorie und Praxis klaffen manchmal ja recht große Lücken. Ja, damit bin ich auch schon durch für heute. Ihnen einen schönen Tag. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür und Servus. Bis morgen.